Die meisten Einsätzen erklärt Dienstabteilungsleiter Horst Harre. Das ist schon anstrengender geworden, der Polizeiberuf. Es gäbe mehr Gewaltdelikte auch gegen Polizisten und der Respekt sei häufig nicht mehr da. Leute, die wegen irgendwelcher Auffälligkeit... Das ist von Lee in Bromley. Wir kommen zu Jermaine Defoe später in der Show. Loads of games kommen in, dass du nur 90 Minuten in deinem Leben hast. One von Sue, die Baggies fan in Warwickshire. Man United 3, West Brom 5. Ich kann mich nicht mehr über die Jahre. Oh, das war das mit Laurie Cunningham, ich denke. 1978 wäre das so? Das ist die Wahrheit. Ich habe hier noch 10 Jahre hinter uns. Ich glaube, die Fans sind nicht richtig, ich glaube, dass sie uns auf die Monitoring haben. Ich glaube, sie sind 10 innen hinter uns. Ich bin nur noch zu sagen, dass es ist höher. Die USA hat der 2. höchste Budget-Deficit in alle 27 europäische Länder. Es gibt eine reale Gefahr von Contagion. Wir müssen eine Signifier senden, eine Messe zu den Marken, dass wir ein sehres Koalitions-Governet, able und willig... Look, wenn wir reden, Credibilität... ... zu nehmen tough, schwierige Entscheidungen und zu lösen... Wenn die Marken sehen, dass eine Labour-Liberale-Koalition hat plötzlich entschieden... ... in so... Jetzt kommt ein Spaß, dass Sie eine Kupfärst example haben... Sie hat einfach etwas zu zerstört. Sie hat eine Kupfärstelle von einem Kupfärstelle Leicht anfallen. Sie hat eine Kupfärstelle Leicht aufgebracht. Es ist eine Kupfärstelle von Bellen. Sie hat eine immer noch sehr Weihnachtszeit. Aber es klingt sehr gut aus. Beideht sich an, da irgendwie... Und es klingt so auch christmasy, bei dem Breeze. Spalte Plastik. Es gibt einen Kuss zwischen das und einem Plastik-Bag. Und wenn du Touring und du bist, wie du dich ausstattest, ist es Mat-Base-Mat-Keys? Mat-Base-Mat, das ist was ich. Really? Ja. Kann ich mit Mat-Base-Mat-Keys? Ja. Ist das okay? Wir werden dir auf heute. Okay. So, der Singles-Out-Monday? Es ist, ja. Wie fühlt ihr? Good. Hyped? Nervös? Nervös? Es ist alles gut. Es ist alles gut. Alles gut. Die Sache ist entstop warm. Het ist wirklich gut.